Libori TV ist zurück und diesmal möchten wir Danke sagen. Danke für das Leben und danke für die Schöpfung Gottes. Wir schauen auf Umwelt- und Artenschutz, wir begleiten den Klimapilgerweg nach Schottland, hier bei uns durchs Erzbistum Paderborn und wir befassen uns auch mit dem Thema Organspende und der Chance auf ein neues Leben. Das alles und noch viel mehr im Livestream am Sonntagabend, direkt nach der Bischofsweihe von Josef Holtkotte, auf Facebook, YouTube oder unter www.libori.tv. Wir freuen uns auf Sie.